Nachdem wir uns im vergangenen Video also mit dem Begriff des Logos befasst haben und geschaut haben, wie dieser Eingang in die christliche Theologie gefunden hat, wollen wir uns jetzt mit Irenaeus von Lyon befassen. Irenaeus selbst wurde etwa 135 n. Chr. geboren und ist etwa 202 n. Chr. gestorben. Ganz genau kann man das nicht sagen, das haben wir jetzt schon häufiger gehabt, eben dass man keine ganz präzisen Lebensdaten dieser Theologen nennen kann. Woher er genau stammt, ist ebenfalls unklar. Am wahrscheinlichsten ist Smyrna, also das heutige Izmir, und damit stammt er aus Kleinasien. Das kann man natürlich sicher sagen, dass er eben aus dem Osten her stammt. Er ist also, obwohl er den Beinamen von Lyon trägt, eben ein Theologe, der östlich geprägt ist, und damit ist er nicht der erste westliche Theologe, der eine eigene Christologie entwirft, beziehungsweise die christologische Theologie vorantreibt. Er selbst, und daher stammt ja dann sein Beiname, ist seit 177 dann Bischof von Lyon, der zweite Bischof von Lyon, besser gesagt. Er selbst lebte in einem Spannungsfeld, nämlich zwischen Gnostikern und Adoptianern, und deswegen muss er zunächst einmal sich sowohl gegen die eine als auch gegen die andere Richtung abgrenzen. Gegen die Gnostiker wendet er ein, dass der Schöpfergott zugleich auch der Erlösergott sei. Denn dadurch, dass die Gnostiker ja sagen, es gibt eben diesen finsteren Schöpfergott, und es gibt eben diesen einen lichtvollen Urgott, hat man mindestens eben zwei Götter, auch wenn eben der eine eben der Ursprung von allem anderen ist. Es gibt eben mehrere Gottheiten, und das war eben nicht mehr monotheistisch. Und Irenaeus von Lyon ist ein Verfechter des strengen Monotheismus, und deswegen konnte diese Vorstellung bei ihm nicht auf fruchtbarem Boden fallen. Zugleich sagt er auch, dass es eine Einheit von Leib und Seele gibt, und das richtet sich natürlich auch gegen die Gnostiker, die eben den Leib als materiell und negativ ansehen, und die Seele dagegen als denjenigen Ort, in dem eben dieser Funken ist, der eben den Menschen mit dem lichtvollen Urgott noch verbindet. Genauso muss er sich natürlich auch gegen die Adoptianer abgrenzen, und das macht er wie folgt, indem er von der Einheit von Logos und wirklichen Menschen in Jesus Christus spricht. Das heißt, dass er sagt, dass Jesus Christus sowohl Gott als auch Mensch ist. Wie er sich das nun vorstellt, dazu dann gleich nochmal etwas mehr. Zunächst einmal ist für ihn vor allen Dingen eine Stelle aus dem Epheserbrief ganz wichtig, nämlich aus dem ersten Kapitel der zehnte Vers. Diese Stelle will ich mal aus der Einheitsübersetzung vorlesen. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Irenaeus deutet jetzt diese Stelle eben so, dass Jesus der neue Adam sei und eben genau das Gegenteil des alten Adams macht. Also, dass Jesus eben Gehorsam ist statt Ungehorsam. Man erinnert sich ja, Adam derjenige, der erst die Sünde sozusagen in die Welt gebracht hat, der den Menschen mit der Sünde belastet und behaftet hat, und Jesus jetzt derjenige, der eben den Menschen durch seinen Gehorsam befreit von der Sünde. Hinzu kommt, dass Jesus selbst eben alle Erfahrungen des Menschen durchmacht. Dazu zählen zum einen die Versuchung, man erinnert sich an die Versuchung durch den Teufel und eben auch die Passion, um diese zu überwinden. Also, das heißt ganz einfach, dass er die Sünde überwindet und das Ziel eben ist, eine Gemeinschaft mit Gott zu erreichen. Also, Jesu Leben und Wirken eben soll dazu führen, dass der Mensch erlöst werden wird. Wie er sich jetzt nun eben Jesus vorstellt, ist wie folgt. Er spricht von der Substanz, also von dem Wesen Jesu, und er sagt eben, dass sowohl Mensch als auch Gott in ihm sind. Wie die beiden sich zueinander verhalten oder genaueres wird jetzt nicht geklärt. Das ist dann eine Aufgabe, die er später gemacht werden wird. Zunächst einmal bleibt festzuhalten, Irenaeus spricht davon, dass Jesus der Substanz nach sowohl Mensch als auch Gott ist. und deswegen als Mittler auftritt zwischen Gott selbst und eben seiner Schöpfung. Der Logos selbst, das sagt er dann auch, offenbart sich seit der Schöpfung. Das heißt, nicht nur in Jesus Christus ist der Logos präsent gewesen, sondern eben beispielsweise auch durch die Propheten. Also das, was wir eben auch schon bei dem Video zum Logos-Begriff gesehen haben, dass wie bei Justin eben der Logos nicht nur exklusiv auf Jesus beschränkt ist, sondern eben auch schon vorher und auch danach natürlich noch wirkt. Allerdings, der Logos ist jetzt in Jesus Christus eben zum Höhepunkt seiner Offenbarung gekommen, denn er inkarniert sich ja und wird Mensch. Wichtig und bestimmend für die Zukunft ist das Tauschmotiv, das bei Irenaeus das erste Mal auftaucht. Hier zitiere ich mal aus Kesslers Christologie, da heißt es, der Sohn Gottes ist aus grenzenloser Liebe geworden, was wir sind, um uns zu dem zu machen, was er ist. Und in anderen Worten, also es ist ein Tauschmotiv, das eben sagt, dass der Sohn Gottes eben zum Mensch geworden ist, ist aufgrund der grenzenlosen Liebe Gottes, weil Gott den Menschen liebt, inkarniert er den Logos, also inkarniert sich der Logos und dieser Logos hat jetzt die Aufgabe, den Menschen zu dem zu machen, was der Logos ist. Also er soll den Menschen zu Gott führen. Und das ist ein Tauschmotiv, das eben noch das ein oder andere Mal in der Christologie der alten Kirche auftauchen wird und das uns noch ein bisschen begleiten wird. Aber wie eben schon angedeutet, bei Irenaeus wird noch nicht genauer gesagt, wie eben Mensch und Gott in Jesus zusammenhängen und wie man sich das genau vorzustellen hat. Halten wir aber mal fest, dass Irenaeus eben von zwei Substanzen spricht, die in Jesus sind, Mensch und Gott, und Jesus eben Mittler ist zwischen Gott und den Menschen.